Für mich bedeutet Leben aber schmerzfreies Leben, mit der Möglichkeit zur Kommunikation. Man kann nicht ohne Hoffnung leben. Habe ich mal gesagt, ich habe mich geirrt. Also, man kann, macht nur einfach nicht so viel Spaß. Gewitter und Wolkenbruch, alle Fenster auf. Könnt ihr nicht bitte für den Rest meines Lebens Gewitter und Wolkenbruch sein? Ja! 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 Kuckuck, sagt der Kuckuck, hei zum Hei. Netzt ein Kuckuck aus dem Baum, kommt ein Hei vorbei. Sagt der Hei, Kuckuck, sagt der Kuckuck, hei zum Hei.